Hallo und herzlich willkommen zum nächsten Part von Asterix und Obelix Heroes. Jo, machen wir mal hier an der Stelle weiter, wo wir, denke ich mal, zuletzt aufgehört haben. Ich glaube, ich habe jetzt off-cam nichts gemacht. Wir waren in Ägypten gelandet, genau, und mussten dort zur Baustelle. Echt, hatten wir die noch nicht gemacht? Ich dachte eigentlich, die hätten wir gemacht. Egal, gucken wir mal hier weiter. Was brauchen wir hier? Äh, doch, irgendwie habe ich die gemacht. Genau, wir sind nämlich am Nilufer. So war es, genau. Nilufer, äh, und, äh, dort sieht es folgendermaßen aus. Was müssen wir da machen? Gegner besiegen. Ah, genau, und hier der Epidema ist, oder wie er heißt, dabei haben. Oder, den habe ich aber noch nicht, oder habe ich den jetzt bekommen? Weiß ich schon gar nicht mehr. Gucken wir doch direkt mal rein. Das war nicht der da, oder? Ah, nein, da hinten ist er, der Tank, genau. Der da doch Epidema ist, genau. Ähm, jo, aber der ist absolut nicht auf dem Niveau. Also denke ich mal, gehen wir ganz normal mit unserem Team hier weiter voran. Ähm, den ich hier dabei habe, war der Demotivation... Nee, warte, Motivationstyp, ne? Er hier. Nee, er hier. Nee, er hier. Äh, Moment mal. Flöte des Waldes, ja, war das, glaube ich. Gut, egal. Ich muss mal gerade wieder reinkommen, keine Ahnung. Bin noch nicht ganz fit heute. Also gucken wir mal, dass wir so starten. Ich hatte böse Corona. So, und, äh, ja, bin echt noch ein bisschen Muß in der Birne. Unten am Ufer des Nils. Da hinten, äh, da hinten liegt die Galere. Aber wir müssen vorsichtig sein. Hier mümmelt es nur so vor, äh, Nilkrokodilen. Du wirkst ein wenig niedergeschlagen, Numero Biss. Ähm, ist alles in Ordnung mit dir? Ach, Miraculix, es bedrügt mich, äh, dass uns, äh, Pyrandonis, ähm, hintergangen hat. Ich dachte wirklich, er hätte sich geändert. Kräme dich nicht, mein lieber, Numero Biss. Manchmal, äh, bleibt ein faules Ei eben ein faules Ei. Hätte ich doch nur vorher etwas bemerkt, ähm, dann müssten wir jetzt nicht den Hinweis hinterherjagen. Ich sollte mich gleich von den Krokodilen fressen lassen. Buh, huah, wat? Na, na, mach, äh, mach dir keine Vorwürfe, Numero Biss. Wir werden schon verhindern, dass den Römern das Kartenstück in die Hände fällt, Kopf hoch. Gut, alles klar, äh, jo, und wir ziehen einfach durch, würde ich sagen. Also, geradeaus. Ah, da brauchen wir Kraft. Kraft haben wir. Wunderschön, das sollten wir schaffen. Sehr geil. Obelix, hau mal was weg hier. Sehr schön. Großer Erfolg, dürfte nochmal eine Karte und so geben. De Frühjahrsputz, erschöpfe drei deiner Karten. Genau, und Asterix zweimal, und da klickt er das einfach weg. Ich habe gar nichts gemacht. Jo, cool. Super cooler Move. So, und jetzt gehen wir hier in den Kampf. Ich hoffe, ich komme jetzt echt klar. So, hier, zugenäht und so. Ja, vielleicht hätte ich mich besser mal eine Runde einspielen sollen. Okay, wir werden ein bisschen attackiert hier. Ähm, ja genau, die Autorität reinballern. Wunderbar. Demoliert ist drauf. Genau, Obelix kann sich dann gleich wieder heilen. Oder hier 15 Schaden an allen machen. Dürfte ja eigentlich gehen. Da dürften die anderen beiden umfallen. Auch Ungenauigkeit. Auch Ungenauigkeit. Och, nö. Auch Obelix. Was ist denn das jetzt? So, und hier, wir können die Motivation erhöhen. Sehr schön. Machen wir dann mal hier auf, ähm, Majestics. So, und dann machen wir hier den da. Ich hoffe, jetzt klappt's. Genau, da fällt der Erste auch um. Und jetzt kann ich eigentlich die Motivation rein theoretisch schon hochziehen. Wenn ich das denn wollte, will ich das. Jo, da machen wir. Jo, die hauen da so ein bisschen zu. Und so können wir eigentlich das Ding dann easy nach Hause spielen, sage ich mal. Hier holen wir uns Debuff. Greif mich an. Flöte des Waldes, freudig ins Deck mischen. Jo, können wir auch machen. Da mach den mal. Das ist, glaube ich, effektiver. Und Glückszug. Und da kann ich sogar noch mal freudig reinballern. Also jetzt dürfte da ein bisschen was gehen. Genau, sehr krass. Wer ist das jetzt? Äh, genau hier unser Fischer. Der kriegt ein bisschen Motivation, würde ich mal behaupten. Jo, hier können wir auch weiterklicken. Wunderbar. So, was haben wir noch Schönes? Jo, hier hauen wir einmal normal rein. Was war das hier nochmal für ein Zeichen? Ich habe es schon wieder vergessen. Ähm. Ach komm, ist egal. Irgendwas überspringt er da. So, und hier können wir auch nochmal Motivation reinhauen. Sehr schön. Flöte des Waldes sollten wir vielleicht auch noch machen. Hier nochmal der Debuff. Jo, mega nice. Geht doch. So, Krimusse können wir auch machen. Da nervt er nicht so rum. Was waren das nochmal? Doch, es interessiert mich jetzt doch schon. Moment. Äh, wie ging das nochmal? Nee, nee, nee. Auch nicht. Wie ging das nochmal? Äh, hier auf die... Ach, die Steuerung eh, ne? Ah, genau. So ging es ja. Wunderbar. So, und hier... Der Charakter hat eine 25%... Ach so, die Ausweichchance war das. Genau. Gut, alles klar. Jo, ausweichen kann er machen. Wenn es ihm gefällt. Hm, ich klicke nochmal eine Runde weiter. Wir wollen noch ein bisschen rumflöten oder so. Oder generell motivieren. Ne, komm, dann machen wir hier mal Flöte. Sind wir super motiviert. Traumhaft. Jo, und jetzt können wir anfangen, so langsam reinzuhauen hier. Und die Ohren langziehen und so. Sehr schön. Gut, easy geht easy, klar. Und da kriegen wir ein bisschen Gold. Weiter geht's. Hier können wir die Motivation auch wieder hochziehen. Weiter. So, wo gehen wir am besten entlang? Unten vorbei. Dann müssen wir durch die Krokodilsgrube. Oder hier oben, da gibt's eine Kiste. Unten gibt's auch eine Kiste. Ist eigentlich egal, wo wir entlang gehen. Jo, dann gehen wir hier vorbei. Jo, muss ich ja jetzt nicht unten das super gefährliche da machen. So, hier Krimasse. Da sind sie schon mal am Fürsten. Das ist sehr gut. So, und auch wieder die Autorität, die wir hier reinballern. Und da sieht das schon sehr, sehr gut aus. Jo, dann würde ich sagen, holen wir einzelne Gegner weg hier, oder? Weg mit dem. So, das sieht ja schon super aus. Hier können wir wieder freudig ins Deck ballern. Können den Glückszug wieder machen. Direkt wieder freudig ziehen. Und dann sieht das doch schon super aus. So, hier freudig. Da freut er sich. Alles klar. So, hier freudig auch wieder. Gut, machen wir den. Ich darf nicht zu sehr zuhauen. Oh, oh, das könnte eventuell. Genau, machen wir lieber so. So, und jetzt können wir prügeln. Jo, motivationstechnisch sieht das doch schon super aus. Gerade mit den Freudig-Karten, das ist schon mega. Klar, man kann sich rein theoretisch auch mal die Attacken dann zuhauen. Dass da nicht mehr so viel geht. Aber ansonsten ist es okay. So. Verfischt und zugenäht. Wie heißt denn der Typ eigentlich wieder? Hab ich echt vergessen. Oh, Alter. Corona ist nix geiles, ne? Da vergisst man ja alles. Wer bin ich überhaupt? So, ähm. Jo, machen wir das da. Auch sehr gut. Demotiviert und so weiter. Traumhaft. Ja, wir haben auch allmögliche... Ach, Ungenauigkeit. Super. Allmögliche Debuffs auf uns drauf. Jo, ich würde sagen, wir hauen Obelix hoch. Sehr schön. Und da hat er einen Block und so. Ja, also langsam muss ich auch gucken, dass ich meine Leute ein bisschen heile und so. So, es wäre schön, wenn jemand trifft. Sehr gut. Wie gesagt, an die Heilung müssen wir so langsam denken. Dann machen wir das doch mal. So, auch gut. Er blockt da rum oder irgendwas. Ne, verliert seine Rüstung. Ja, jetzt gehen wir... Ach, Heilung fürs geskammte Team wäre, glaube ich, besser gewesen. Naja, egal. So, hier aber jetzt. Und die Niedermachen. Ne, brauchen wir auch nicht. Ja, das reicht mir eigentlich. Jetzt können wir so langsam das Ganze hier beenden. Das Trauerspiel. Automatik hieß der nicht, ne? Wie hieß der nochmal? Ähm, Moment. Wie hieß denn der? Du, wie heißt denn du? Ne, wie kann ich denn das sehen? Ne, steht nicht da, ne? Fischer? Gibt's doch nicht. Ach, egal. So, weiter geht's hier. Numero bis. Wunderschön. Können wir den auch bald mal hochzocken. Oder ich kann's off-cam machen. Oder wie auch immer. So, hier. Team-Motivation. Das reicht. Können wir machen. Und da geht's schon oben zum Boss. Super easy. Jo, dann ziehen wir die Sache so ein bisschen durch. Ich bin mal gespannt, wann wir eh im Spiel hängen. Wo es dann heißt, jetzt brauchen wir wieder Sterne oder sowas. Hieß. Oje, oje. So ein großes Krokodil habe ich noch nie gesehen. Es wird uns mit einem Haps verschlingen. Das kleine Ding. Da habe ich schon größere Wildschweine verputzt. Hier, Kroko. Kroko. Komm her, Kroko. Kroko. Lass dir von Onkel Obelix eins auf die Nase geben, Kroko. Wat? Wat will der alte Mann da? So. Ähm. Jo. Auf alle drauf. Die ganzen Krokos verkloppen. Sollte kein Problem sein. Wir sind hochmotiviert. So, auch hier hoffentlich treffen wir. Also, gut. Ne. Da haben wir gar keine Furcht. Die kommt erst noch. Da ist schon einer weg. Der Dompteur ist schon weg. Wir können aber noch ein bisschen an den Ohren zwirbeln. Ne. Wir machen hier Damage auf alle. Und wir können ein bisschen durch die Gegend flöten. Oder hier heilen und die Motivation hochziehen. Machen wir das auch mal. Oh, die Motivation. Das ist ja traumhaft. So, wir können wieder zunähen. Und das dürfte schon fast gewesen sein, oder? Mehr oder minder. Jo, hier buffen wir uns noch. Dass da auf keinen Fall irgendwas schief geht. Ähm, was? 76 Schaden. Kann man mal machen, oder? Hau mal rein. Alter, was? Okay. Ah, hier auch wieder Motivation und Heilung. Auch gut. So, dann können wir die Autorität rein brutzeln. Das dürfte es eigentlich gewesen sein. Ja, super easy, ne? Geht klar. Der Verleih nix. Perlen in Essig. 50% HP Heilung und so. Hammermäßig. Werfe alle Nicht-Angriffskarten deiner Hand ab. Verursere sieben Schaden für jede abgeworfene Karte. Werfe alle Nicht-Angriffskarten deiner Hand ab. Auch nicht so schlecht, oder? Kann man schon mal machen. Ist auf jeden Fall Mohammed-mäßig, finde ich. So, sehr gut. Ein bisschen Karten bekommen. Wunderschön. Traumhaft. Krokodillagune. Da müssen wir hin. Dann in die Wüste. Und dann ins Tal der Ruinen. Und dann noch zur großen Pyramide, oder so. So, 107 haben wir insgesamt. Sternchen. Okay, wird aufsummiert. Könnte es schon sein, dass wir bald an eine Stelle kommen, wo wir Probleme bekommen. Wende 2 Immunität aufs gesamte Team an. Negative Status-Effekte werden nicht auf den Charakter angewendet. Wir sind 1. Ist eigentlich nicht so schlecht, ne? Ja, ist reduziert. Lassen wir aber trotzdem mal sein. Gehe noch ganz kurz hier auf die Heldensammlung, wie es da aussieht. Und da können wir mit Asterix aufsteigen. Das ist, denke ich mal, interessant. Der wird dann zu Stufe 3. Und auf Stufe 3 sieht es folgendermaßen aus. Verursache 18 Schaden an allen Gegnern. Falls ein Römer das Ziel ist, wende 3 Ungenauigkeit an. Und wir können resistent uns noch heilen. Naja. Werden wir mal den Sternenrang da aufleveln. Wunderschön. Da können wir den schon so langsam mal mitnehmen, oder? Der haut ja auch gut zu hier. Müssen wir mal gucken. Wir haben hier ab Stufe 4. Ist das schon heftig. Und Furcht auf alle Gegner. Jo, nice. Naja. Ah, genau. Moment. Wie heißt das, der Fischmann? Verleih nix. Ach ja, komm. Was ist denn das für ein Name? So. Fischmann, wie sieht es bei dir aus? Wende 2 geschwächt und demoliert an. Und dann später. Ja, gut. Okay. Das wird schon krass. 3 mal 15 und geschwächt und so. Gut. Mega nice. Jo, ne. Da würde ich sagen, machen wir in der nächsten Folge an der Stelle hier weiter. Und werden dann, wie gesagt, in Ägypten weiter voranziehen. Dann geht es in die Krokodillagune. Ich freue mich drauf. Vielen Dank fürs Reinschalten. Jo, sorry. Ich bin halt absolut nicht fit. Jo, und jo. Ich wünsche euch auf jeden Fall einen schönen Tag. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.